Der BravaJet Bodenwischroboter hält Ihre Böden jeden Tag frisch und sauber. Mit den Reinigungsmodi Nass, Feucht und Trocken und den entsprechenden BravaJet Reinigungstüchern passt BravaJet die Reinigungsart automatisch an die aktuelle Aufgabe an, ohne dass weitere Reinigungsmittel erforderlich sind. Unsere Nasswisch- und Feuchtwischtücher enthalten bereits ein mildes, wasseraktiviertes Reinigungsmittel. Der BravaJet Roboter erkennt automatisch jedes Tuch, das Sie einsetzen. Wie wählen Sie also das Reinigungstuch aus, das für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist? Wählen Sie für die Beseitigung von Schmutz und Flecken auf gut versiegelten Böden, einschließlich Hartholz, Fliesen und Steinböden, das Nasswisch-Tuch mit dem milden, wasseraktivierten Reinigungsmittel aus. Beim Nasswischen bewegt sich BravaJet nach einem Muster mit Dreifachdurchlauf, genau wie Sie es auch tun würden. Der Roboter fährt ein kurzes Stück vorwärts nach einer Seite, anschließend rückwärts und fährt dann zur anderen Seite. Dies erfolgt abwechselnd, während er sich durch den Raum bewegt, sodass er mit einer Dreifachdurchlaufabdeckung jeden Abschnitt Ihres Bodens reinigt und ihm einen sauberen, frischen Duft verleiht. Verwenden Sie ein Feuchtwischtuch, wenn Sie alltäglichen Staub und Schmutz von versiegelten Holzböden oder von Fliesen oder Steinböden entfernen möchten. Mit dem Feuchtwischtuch reinigt BravaJet den Boden mit einem milden, wasseraktivierten Reinigungsmittel mittels einer gründlichen Einfachdurchlaufreinigungsmethode und verleiht ihm einen sauberen, frischen Duft. Wählen Sie das Trockenwischtuch, wenn BravaJet Schmutz, Staub und Tierhaare beseitigen soll. Dieses Tuch ist speziell behandelt, sodass aufgenommene Partikel festgehalten werden, während BravaJet sich in einem Einfachdurchlauf vorwärts bewegt. Das Trockenwischtuch hat einen frischen, sauberen Duft und kann auf Hartböden verwendet werden, einschließlich Hartholz, Fliesen und Steinböden. Eine Alternative zum Einweg-Nasswischtuch ist das waschbare Nasswischtuch. Das waschbare Nasswischtuch enthält kein Reinigungsmittel, sondern befreit gut versiegelte Böden, einschließlich Hartholz, Fliesen und Steinböden, nur mit Wasser von Schmutz und Staub. Mit diesem wiederverwendbaren Tuch wird das gleiche Dreifachdurchlaufreinigungsmuster wie mit dem Einweg-Nasswischtuch angewendet. Es kann jedoch bis zu 50 Mal gewaschen werden, bevor es ersetzt werden muss.